Wer hat denn den Filter gesetzt in Gelben? Keine Ahnung, eigentlich nie gedacht Also, also kein Wunder, dass es dort nie klappt Weil jetzt passt, denn jetzt kann ich nämlich auch Jetzt kann ich nämlich hier auch den weißen Filter setzen Damit nichts mehr durch weiß geht Aber irgendwie spackt das hier immer noch rum Jetzt geht nämlich nichts mehr zurück Du hast viel zu viel Wie viel zu viel? Gelbe Rohre Lass aber jetzt durchpfeifen und alles, ist egal Ich hab im Weißes was passiert Ach, das leckt ganz schöne Hier ist viel zu viel, hier leckt das leckt ganz schön Das leckt, hab ich gesagt Achso, dein Nervus, das liegt an deinem Rechner Ne, ne, das liegt daran, dass hier so viel ist Ach, hier leckt gar nicht mehr Ist ja egal Hier ist wieder Ein paar Dinger müssen noch rumlegen Die konnte ich nicht einsammeln, weil ich so voll war Ja, ja, hier liegt ein Herz Aber keine Ahnung, warum Da ist Glas Ist der Filter was drin? So, jetzt rennt das auch ordentlich hier durch alles Schön, ja, warte, äh, pp Oder? Okay, der muss halt von, der muss halt von nicht unten fernbleiben Ne, ne, kann nur ein Zufall gewesen sein Aber, das dauert, ja, ich muss raus Wieder zurück Ja Nein, ich hab gesagt Das läuft jetzt nur so schnell und wirre dort unten, weil wir einen Haufen Zeug jetzt in die Kisten geschmissen haben So, weißt du, das legt sich dann gleich wieder Abbrechen Naja Doch, jetzt ist er da da Na klar, was denkst du denn? Lass dir erstmal unten ein bisschen so durchpfeifen alles, dann ist das wieder ordentlich und dann klappt das Also wird das Zeug auch längstens schneller eingelagert, weißt du Oh, das legt, das legt ja gar nicht Das legt ja gar nicht, ey Da muss doch irgendwas bei dir sein Hast du noch was los? Nee Das wär's ganz genau Wir haben alle wieder Zeug, die haben alle wieder in den Kästen einschmeißen Sag mal, haben wir so ein Unter- oder Aufgang? Wundergang Ich würde nicht hören, was du sagst Sag mal Acht Kisten, das passt, das gefällt mir Warte mal, was brauch ich denn noch? Äh, wieso funktioniert denn die Kiste hier? Nee Die Kiste funktioniert nicht Weißt du was? Macht's Spaß Einmal noch Dann lass Peppern eine Weile stehen und lass uns erstmal alles laden Nee, nee, einmal noch und ich geh mit dem Hund raus Weil dann bleibt, dann bleibt ihr drinne Lasst das mal kurz durchrödeln Und ich mach dann das Hallo, Kiste, geh auf Wieso ist denn hier oben? Wieso sind hier Löcher drinne? Gut, reicht Pepe, Pepe Nee, gut, dann Hoff ich doch mal, dass es jetzt so funktioniert Ähm, ja Wo, wo tue man Kies hin? Haben wir was für Kies? Warte mal, Kies hatte ich da, wo ich die Steine hatte, hatte ich da auch was mit eingetragen Kies Äh, Steine? Wo sind denn Steine? Äh Hier in der Ecke sind Steine Wir müssen echt mal die Schilder wieder dran machen, weißt du das? Ja, ja Sand Das ist Dreck Das ist Dreck Erde Was ist da drinne? Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein Pflasterstein Normaler Stein Aha, was haben wir hier drinne? Steintreppe, Stein Gut, Stein Stein Ist das Leder-Inn-Gürt? Wie bitte? Wie bitte? Irgendwie Leder-Inn-Gürt hatten wir auch Le... äh... Lin... Tin... Len... Leon? Leon Das muss... Das hab ich grad eingesammelt, das hab ich im Filter mit reingenommen Ja, das musst du auch mit reintun, genau Ist jetzt mit drinne Das sieht so komisch aus, aber ist ja egal Gut Das funktioniert, das reicht Ja, das ist ja richtig Ach, bist du doof Was ist das? Das ist Sand Das ist Sand Das ist Sand Das ist Holz Ja... Holz Das war auch Holz Das ist Sand Ahha, wird ja mal gekriert Wer denn? Jawohl Nimm mal überall Hol... Sand... Erde Nein Hier ist sie gekillt, aber du bist schon spät. Wo ist denn das? Wer sammelt denn das Zeug auf? Na sie ist hier drinnen gestorben. Ja, ich wollt grad sagen, die ist ja hier drinnen gestorben. Da kannst du doch wohl sammeln. Dann ist ja gut. Kohle. Kohle, Kohle. Das ist gut. Macht mal eh n bisschen Holzkohle. Was ist das? Äh, unter was tu ich denn das? So da Elektro? Diese ganzen, Sven, Solarpanel, Backbox, MFE. Alles, alles. Elektro. Elektro. Gibt's mit deinem French? Wolle. Farbe. Wolle. Hier mach mal Wolle Farbe. Edelsteine. Nicolit. Wieso haben wir denn jetzt? Wir haben ja Nicolit drinnen. Äh, kannst du mal bitte oben, Sven? Warte, ich bin grad schlecht. Schade. Da muss ich... Da geh ich selber. Ähm, ne, da musst du gucken. Da musst du gucken. Da guck ich grade nochmal nach. Tin, tin hast du zweimal drinnen. Din, dreimal. Ähm, da musst du gucken, welches das ist. Das sind verschiedene. Er steht da Tin, du, er steht da Tin, Tin, Tin und Tin. Naja, ist egal, aber... Einmal das selbe Tin. Ja, es gibt aber verschiedene. Also musst du gucken... Schade schon dreimal rein Tin. Ist egal, mach einfach. Nicolit. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Crystal Dust haben. Bronze... Copper Dust. Ne, aber wenn hier da steht doch, äh, Tin und Tin, sind doch zweimal dasselbe. Ja, aber es gibt Tin, Tin, Ingnod und noch was anderes. Ja, dann würde es aber da stehen. Ja. Wenn bloß Tin, Tin da steht, dann hast du dreimal Tin reingehauen. Ja, ist halt richtig, ist halt richtig. So. Was ist das? Saphir, Saphir, das ist gut, dann machen wir mal so. Ruby, Ruby. Gut. Green Saphir. So. Das haben wir da, das ist gut. Gut. Edelsteine. Was kommt denn hier rein? Hier geht ja nix nach oben, Sven. Wo? Hier. Ja. Habe ich erstmal ausgemacht, damit eine Schleife entsteht, damit ich sehen kann, was übrig bleibt, wie das durchrennen lässt. Damit unser Eisen und alles wieder durchlief. Ah, ja. Suchst du was? Mehr ich? Ja. Anschluss? Ne, ähm... Ah, Kräfer. Dann geh unten durch den Keller. Ne, das ist meiner. Ah, scheiße. Guck mal. Darf ich irgendwo was hinbauen oder... Kann ich schon machen? Hier. Guck mal, die Rohre. Ne, was mit. Die soll die Rohre in Ruhe lassen. Du sollst gucken. Ja. Du. Aha. Die Rohre, die Rohre hier. Oma stell hier was hin. Was hältst du ja schnell mal hin? Lass doch mal zu. Was machst du denn da? Die Rohre, die ich grad hatte. Die grad durchgelaufen sind. Ja. Die hab ich schon eingesammelt und die hab ich schon, äh, markiert. Also im Film da drinnen. Was wollt ich denn jetzt? Ja, siehst du selber, die klarkommen. Gravel. Wo tut man denn dazu? 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 Du soll... Du wolltest doch die Kirche bauen. Ja, ist denn Platz festgelegt oder kann ich irgendwohin... Hab ich sie doch gezeigt, oder? Äh, nö. Mach auf, du hast ein Creeper. Hä, hilft keiner. Ja, dann direkt. Geil. 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 Nur später? Nur später? Die Kirche, die wird ja sowieso immer ein bisschen höher gebaut. Machst das hier umhin so, weißt du? Okay. Hinten, hinten im Wald, oder? Also ein bisschen so hochgelegen. Aber dann ist das Gutschen durch. Wenn er jedes Mal da unten durch das Tor kommt, kann er gleich wieder am Friedhof rein. Ähm. Alles okay. Da kann seine Seele sofort seine Ruhe finden. Wir haben, wir hatten sich das ganze Eisen gesnackt. Das ist für ein Eisen, das ist alles unterwegs. Sicher? Denk ich mal mal. Ey, du, wir hatten vor uns noch zwei Stacks oder sowas, ne, drei. Halt, meine Äpfel. Die müssen, die kommen rüber in die, in die Küche. Ja, dann müssen wir die rausnehmen. Wir müssen noch, äh, wir müssen noch ein System bauen für die Küche. Für das ganze Fressengelumpe. Das können wir mit der Hand machen. Nein. Doch. Komm mal mit dem System hier unten, die Maflauer. Hier läuft ja gar nichts mehr durch, fast. Ist doch fast alles eingesackt, sortiert hier, oder was? Ach, nee. Hops. Wo sind denn Waffen jetzt gewesen? Waffen sind hier und Werkzeuge. Waffen sind genau unter mir. Ah. Ah, passt sogar noch. Letzte Reihe. So, ich lass jetzt mal wieder einen Stapel unten durchrennen. Was für ein Stapel? Von der ersten, wir hatten ja eine Kiste hier, wo ein Haufen Zeug drin ist. Jaja, mach mal. Yellow Rockwoll. Du siehst, das ist gelbe Wolle, wa? Jaja. Ist hier unten ein Filter drinne? Keine Ahnung. Wir haben zwar eine, wir haben zwar eine, eine Wollekiste, aber... Wo haben wir die Wolle? Ah, hier. Ja, die ist drinne. Gut. Was ist denn hier drinne? Warst du Marvel? Guck mal gleich mal nach. Marvel, Marvel, Brick. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, Werkzeug. Samen haben wir hier. Werkzeug. Was ist denn das? Aha, das sind Edelsteine. Ja. Robbe. Kommt bei sonstiges rein. Robbe? Robbe. Auch nochmal Werkzeug. Robbe. Wieso haben wir denn jetzt, wieso haben wir denn jetzt, wir mal Werkzeug? Weil wir viel Werkzeug hatten? Pff. Ist ja okay. Feuerstein auch hier rein, ach. Passt schon. Feuerstein? Kannst du zu guten Zeug mit dazu tun? Zu Erzen oder so? Wie hab ich... Na, Feuer... Na, ach. Kannst du zu den Erzen dazu tun? War mal Erze. Ja. Ja. Schilder. Musst du hinter zu den... Musst du hinter zum Holz tun, Schilder. Da haben wir jetzt auch zigtausend davon. Ach. Da ist voll. Da ist voll. Robbe. Robbe. Mensch, ey. Ah. Wo haben wir Edelsteine? Ähm. Haben wir hier irgendwo. Edelsteine sind aber voll. Later.